Wir finden hier mit dem Wert der Farbe um die Nummer 42. Stefan Kahn. Der Farbe Blau ist hierzu ersetzt. Richard Roll hat gut von Schaden, er kann nicht mehr an den Schaden gehen. Dafür kommt der Deutsche Meister aus die Situation Nummer 16. Hier im Tebel in Deutschland wird der Farbe Blau. Der Farbe Weiß ist 3.77 Chase Shades aus Großbritannien Erfabigen, die 6.77 Diminierische Schäden aus Frankreich und Erfabigen gefühlt. Die 4.45 aus Tschechien. Der Leiterhof ist hier in Red Number 42 Stefan Kahn. In EU Number 16 Utebebe, in White Number 93 Chase Shades. In EU Number 96 Diminierische Schäden, in EU Number 44 Josef Kahn. Ja, der NSC Utebebe bedanken Sie für die Schaufensterwerbung bei Atomius Apotheke, bei Atomius Apotheke, bei Intersport, Kohlschwenz. Ja, jetzt denkt Sie natürlich an die Begrüge der Schäden zuzunehmen. 애ktätätätätätätätätätätäätätätätätäätätätätätätätätätätää Begrüge des offensivaisen und den Europäen Queisterie Schäden aus Kahn und Erfabigen wurden ja aufschlicerei. Ja, das ist der Fall. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.